hallo zusammen wir spielen ARK Survival Evolved auf der map Valguero und ja ich hatte neu angefangen mit der Lucien zusammen wir haben hier einen kleinen community server wer mitmachen möchte einfach mal bei Lucien melden ihren kanal hatte ich jetzt auf meiner empfehlungsseite verlinkt da könnt ihr gerne mal hinschauen euch melden ist hier noch ein Discord server oder ihr schreibt mich einfach an wenn ihr hier mitmachen möchtet ja wie sieht's aus es sieht eigentlich ganz gut aus ich habe hier schon einiges gebaut wir machen mal ganz kurz hier den Rundgang dass ihr einfach mal seht wie es hier bei mir aussieht wie ich so baue momentan ist es eines der Spiele welches mir ja mal wieder richtig Spaß macht ich habe lange überlegt was ich jetzt noch für ein Survival Spiel ja mal wieder rauskramen könnte mir fällt absolut nichts ein ARK ist und bleibt einfach ja eines meiner Lieblingsspiele allein die Dinos dieses bauen dieses farm das macht einfach immer wieder Spaß und man hat auch immer wieder neue Ideen neue Projekte ja mein Häuschen habe ich etwas sag mal anders gebaut ihr seht schon mit den Dreiecken etwas experimentiert auch hier drin kleine Nischen gebaut ja Kühlschrank Elektro habe ich jetzt noch nicht ich habe zwar einen Fabrikator der wird jetzt noch mit Benzin betrieben ein Item Collector hier unten der sammelt die Eier ein und ja hier oben habe ich jetzt mein Gewächshaus gebaut das war auch so ein kleines Projekt hier Wasser herzulegen habe ich noch nicht bepflanzt das können wir auch gleich mal machen Wasser ja hier oben habe ich zwei Wassertanks das war mein erster Plan dass wir jetzt die Wassertanks als Bewässerung nutzen einfach warten aber bis es regnet aber es regnet hier doch selten und da habe ich dann da wo ich hinschaue in die Richtung da haben wir Wasser weiter unten da hatte ich mir eine Leitung hochgelegt ja bisher funktioniert es wir haben jetzt wenig aggressive Dinos hier vor den Besen rumrennen also alles halb so wild hier wird kaum was zerstört ja schauen wir mal komm wir tun erstmal die Beete befüllen ich würde sagen wir brauchen Gemüse Gemüse brauchen wir wiederum zum kochen um ja Kippel herzustellen das ist mein Plan den ich jetzt so verfolge so wir bauen das mal von jedem was an Mais Kartoffel Karotte was haben wir noch Narkobeeren können wir mit anbauen ich habe noch zwei Bäder extra können wir für sowas mit nutzen ich habe eigentlich einen Biber wir fahren sehr gut Narkobeeren hier hat man noch Zitronensamen ich glaube dann sollte man alles haben so mein Komposter für Dünger der läuft hier haben wir noch einen Schrank mit reichlich Dünger drin würde ich sagen auch mir die Narkobeeren rein und drei Dünger ok ja das war auch so eine spontane Idee von mir hier unten noch Bedehatz bauen denn hier oben hatte ich eine Wasserleitung in die Decke gesetzt und die stand jetzt hier unten raus habe ich mir gedacht hm unsichtbar machen sieht blöd aus dann ist oben einfach da dieser Wasserhahn ohne Anschluss machen wir unten einfach auch noch ein Wasserhahn dran und setzen noch zwei Bede hin ist ja schon vorhanden also warum nicht hat hier zwar kein Treibhauseffekt aber unsere Bede hier oben ja meine ich hier ist das Wasserrohr dran das ist alles auch ein bisschen schick aussieht zum Schluss so Mais Weinbeet fehlt machen wir Mais Karotten und Zitrone fehlt noch ein Beet für Kartoffeln da müssen wir mal schauen wie wir das machen vielleicht unten machen wir so ein Nagobeerenbeet weg ja ja hm 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 quel machen wir das am besten ich glaube das müssen wir erst erstmal vertrocknen lassen wenn wir den Dünger rausnehmen wir können so abbauen das am besten so wir heben das mal auf so kartoffeln rein sehr schön so dann haben wir von jedem was jede gewisse art albanago bären so ist es gut alles klar gemüse produktion läuft und jetzt aber noch hier draußen die drei jahre zu verstehen die haben wir jetzt gerade gezähmt das war jetzt ein weiblicher level 145 unten männlicher level 150 also maximal level auf unserem server das mein alter hier den wollte ich nämlich jetzt wieder freilassen den brauche ich nicht mehr so ja der ist freigelassen den brauchen wir in gewandert stellen der sollte eigentlich sich dann irgendwann vom acker machen die zwei die parken erst mal rein und dann tun wir die noch zähmen dass wir wieder richtig schön sucht ein kühler haben mit dem man richtig form geben können und der auch mal unten was abhält so 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 verhalten stellen wir sie auf neutral das heißt die greifen dann nur an wenn sie selber angegriffen werden teiligen sich und dann tun wir noch hier die paarung aktivieren muss immer eben schauen ja okay dann gibt es gleich kleine beziehungsweise erst mal ein ei das geht ja richtig schnell zur sache ja paarung 50 prozent weiß gar nicht warum die schon bei 40 angefangen haben aber sollen wir recht sein ja argentavis habe ich noch den perezino da möchte ich dann auch mal später eine zucht machen aber das sind wirklich starke tiere da muss ich erst mal klein anfangen und die zähmen sich wirklich sehr langwierig die will ich da mal mit kippel zähmen ja ihr dürft gerne auch mal in die kommentare schreiben was ihr gern sehen möchtet wie ich schon sagte ich habe momentan richtig richtig lust hier was zu machen was zu bauen was zu zähmen ausflüge auf der web zu machen kann ich auch gern noch mal ja spots zeigen gegen den zeigen was ihr möchtet so und drei stunden die zweiter ich lasse die auch gleich mal lasst die gleich mal hier auf denn der item collector der sammelt eigentlich die eier auf hätte das jetzt noch ein bisschen liegen lassen hätte der das jetzt aufgesammelt gucken da hat jetzt schon reichlich ihr kot gesammelt und ein terrezino ei und da steckt man dass man kühlschrank beziehungsweise die räucherkammer schrank habe ich noch nicht wir brauchen jetzt erst mal den lenni um ja die kleinen und die muss dann auch zu prägen können wir ja schon mal bauen materialien sollte ich zusammen haben so hier haben wir den farmer den gärtner und die nanny haben 100 leder 50 menschliche haare hier habe ich vorhin schon geschnitten gehabt leder 100 metallbahn und 250 zement zement metallbahn müsste ich reichlich haben habe ich vorhin erst eine frische lanung reingepult sehr schön da haben wir sie so die nanny wo stellen wir sind hier das hier macht den guten eindruck oder nimmt tür so gefällt es mir gut zum anwerfen brauchen wir jetzt noch honig honig bienen stöcke haben wir genug hier bloß da greifen uns natürlich die biedern das heißt wir bräuchten die gillie rüstung gillie rüstung brauchen oder polymea ja das ist immer so ein kreislauf ohne ende ob polymea hätte ich jetzt schon die idee wie man das besorgen passt mal auf kann auch mal die map aufmachen dass ihr seht wo wir sind in den weincliffs ganz rechts fast schon am kartenrand und hier unten am strand haben wir immer einen gestrandeten ich glaube ein delphin ist das der hier halt immer tot am strand liegt und den können wir abbauen und den bauen wir natürlich richtig ab mit einer kettensäge ja ist nicht die feine art mit der kettensäge aber die erleichtert wirklich sehr viel beim abbauen also sämtliche tieren lassen sich damit abbauen holz in massenfarmen kakteen abformen also die macht wirklich richtig spaß so jetzt müssen wir bloß rein gehen weil wir sind da ganz schnell überladen so habt ihr gesehen knapp 100 organisches polymea und ich weiß gar nicht wie viel verdorbenes fleisch das jetzt war 370 also jetzt könnten wir die gillie rüstung bauen und dann können wir uns noch etwas honig besorgen wir können auch mal eben bei lucien ihrer hütte vorbeischauen patrick hatte ja auch in der nähe noch gebaut und steven hat er jetzt in der tundra gebaut und das ist jetzt weit weg das kann ich euch jetzt nicht zeigen so hier ist bisschen ihr gebäude ja ja ihr gebäude bau natürlich noch sie baut jetzt aus lehm mal was ganz neues haben wir noch gar nicht gemacht gehabt ja so sieht eins von oben aus so so das habe ich jetzt noch nicht gelernt aber für honig ist die halt unverzichtbar oder man hat ein bärchen so jetzt muss ich schauen ist sie hier im hinterm werkbank drin nein dann ist sie hier im inventar baubar genau wir brauchen noch Leder und Fasern wir haben auch reichlichter von da Leder Leder mal also mal polymea das kann ja in die räuche kann man mit stecken sonst verrottet das hier nur sinnlos muss ja nicht sein ja passt ok so dann bräuchte man jetzt holig ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht wo man ich weiß leider nicht jetzt wo ein bienstock ist man sieht es ständig beim rumfliegen wir gucken mal auf jeden fall hier hinten waren welche da möchte ich was los steingohlem aufgeweckt da fällt mir momentan auch spontan nicht ein wo hier ein bienstock sein könnte also wenn wir eine weile rumfliegen befinden definitiv einen es gibt wirklich reichlich dann kann ich euch gleich mal meinen kristallspot zeigen wo ich immer kristall hole wir sind ja hinten in die richtung weiter da befinden sich ja brücken eine brückenkonstruktion mit vielen kristallen drauf oder 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 das war doch hier unten genau unter mir hier sind auch einige kristalle das war nur mal ein ganz schöner rundflug wegen so einem bienenstock das ist gut hier haben wir endlich mal in die white cliffs obsidian das haben wir gesucht das haben wir bisher noch gar nicht gefunden gehabt aber sehr schön so ist es hier haben wir kaktänen an den kaktus saft hat sich doch unser ausflug auf jeden fall gelohnt ob sie die jahren gefunden viele viele dynamikus hier unterwegs so was ich guck mal nach dem ei die machen wir platt hier die kommen und da kam einer schnell wieder drauf und weg gucken wir mal ein level 80 80 ist nix das können wir aufessen hier haben wir noch eins gucken wir auch gleich mal nach schauen ob die luft rein ist das sieht und level 80 das ist das ist das ist das ist ich wirklich das ist hier aufgelegt aber rechts links auf der suche nach dem bienenstock mal gucken manchmal entdeckt man ja ecken und dann auch tolle sachen zu finden sind wie dort das obsidian ja hier ist die map grenze ich glaube hier brauchen wir nicht so nah rum zu suchen da ist nicht so sehr viel scheint wo heute nicht unser tag zu sein hier mit honig auch hier haben wir noch ein spot kannte ich auch noch nicht auch sehr schön ist auch gleich um der ecke von uns wieder was entdeckt und was haben wir hier ne peitsche keiner braucht ich habe noch nie eine peitsche genutzt ob ich ziehe jetzt mein agentar ist egal ich will einfach mal testen was passiert ja jeden fall können uns tiere vertreiben jetzt ist mit mit rabis noch oh der greift an ja das war dein fehler gut ne peitsche gefunden obsidian gefunden einen schönen metallspot gefunden läuft ich dachte schon hier ist ein bienenstock da war es ein dödi oh ne gezähmte motte unsere motte was macht die da naja da sind wir zurück ich würde sagen das ist ein projekt für später vielleicht mache ich es dann auf screen vielleicht mache ich eine aufnahme wenn man die nanny aktivieren die kleine kühlos ausbrüten ja ich hoffe euch hat die folge gefallen und ihr habt lust auf mehr und dann gibt es auf jeden fall mehr und ja dann macht's mal gut ich wünsche so wir wir Vielen Dank.